Ja, er ist so weit weg, ne? Das ist noch nicht mal wirklich weit gewesen. Doch, das war weit weg. Ich musste sehr weit laufen. Naja, Hauptsache die Kühl kann nicht killen. Schon ein bisschen geil, ne? Ne? Ich war halt nur zu faul zu bauen. Ja, faul zu bauen. Sagt sie mir, beste Gelegenheit. Warum klemmst du denn trotzdem das Gebiet eigentlich? Damit das hier lädt. Es klappt, Centos. Es klappt. Alter, hast du mich gerade gehauen? Habe ich dich durch die Tür geboxt? Die war eben zu, ne? Ne, die war offen hier. Okay. Die Tür war offen. Ich habe ja noch hier ein Türchen davor gesetzt. Weil der meint hier, der Arschkopp hier, immer noch in der Bude rumzusitzen. Jetzt hau ab! Zahlst du keine Miete? Nein, das ist nicht seine Bude. Doch. Weiche Satan. Weg. Claim dein Farmgebiet. Zack. Glaubst du ja nicht. Ach, jetzt ist das immer noch auf Deutsch. Ja, dann bleibt sie auf Deutsch. Aha. Machst du die Aufnahme nicht wieder an? Klar! Achso. Ich bin da für ein Billion. Ich glaube, wir haben da ein Glas. Eine Woche noch, ne? Was? Dann geht die nächste Tür auf. Achso, ja. Kann sie ja. Dann gibt es Update für... ...nämlich. Kann sie ja aufgehen. Mhm. Äh. Wollen wir den, wollen wir den, wollen wir den, wollen wir den. Reinforced Glider Wing. Den habe ich. Den muss ich noch. Simply Jetpack 2 ist das. Ich brauche den Tank. Den brauche ich noch. Noch zu wenig. Tüdi, tüdi. Da sind ja noch ein paar Kühe. Hallo, Kuh. Die haben Kühe in der Nähe, ey. Was ist los mit dir? Ebenwie liegt das auch mit 1-10 zusammen, ne? Was? Das ist so viele Spawn. Haben die zumindest... Also hatte Karskosche zumindest bei Peter eine Folge gesagt. Hier ist doch kein Gebiet mehr für euch. Irgendwie. Oder er meint halt mit dem Schlagen. Äh. Genau, nick mal schön die Bude ab. Die wird jetzt eingerissen. Ich habe immer nette Unterhaltung hier. Du bist eine fette Unterhaltung, ne? Die will jetzt schon unterhalten mich. Ich brauche jetzt mit Sticks. Das sind echt nette Mitbewohner. Irre. Irre. Genau das. Boah, weiche mal eben hier. Ge weg. Weiche von mir. Natürlich habe ich mir was falsch gemacht. Tüdi. Ge weg. Ge weg, habe ich gesagt. Ge weg. So rum. Und nicht wie beim letzten Mal, dass ihr aus den zwei Teilen gleichzeitig gefaut habt. Ach ja. Ich brauche ja Eisensaft. Stimmt ja. Nee. Tüdi. Ich würde mir ja nicht so leicht auf den Kix gehen, ne? Tut es dir doch gar nicht. Nee. Tu doch nicht so. Ist voll entspannt. Hm. Glaube ich dir. Ach. Musstest du schon, dass du nennen ihn noch ein Dorf ist? Ja. Okay. Hey. Oh Gott. Sehe ich da auf einem Map? Oh, mein Freund. Ja, so groß wie du deine Map hast, ist das auch kein Wunder, dass du das siehst. Ich muss alles sehen. Ey, mein Freund. Hau ab hier. Ich habe hier kein... Ich zahle hier keine Miete. Nur für dich noch mit. Dann hätte ich bei dir mal eine Folge reingeguckt. Sonst hast du gleich ein Problem und bist dir... Brutzelwerkzeug. Jetzt verschwinde. Feiche, du... Brutzelwerkzeug? Das ist ein Imker. Hallo. Elf Weizen für Honig. Aha, 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 aha. Ach komm, das kann ich mir selbst machen. Ich freue hier nur die Bienen für. Kann ich mir mal kaputt machen. Hallo. Heck mit dir. Das ist auch nichts drin. Das Geile ist, bei dem Becker oder was das denn ist, der Homeycon Jam macht, da ist in der Kiste auch nichts drin bei ihm im Haus. Ja, der will halt nicht, dass du da in seine Kiste rumwühlst. Ich liebe die Boots. Chup, 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 schpar, plop, schpar, plop. Schau mal der B, Barbie. Schau mal der Barbie. Aber die gehen mir so leicht auf den... Ach, du magst sowas doch. Leicht auf den Sender. Magst das doch. Lügt doch nicht. Hast du mal auf die... Auf diese Werkstation von Tinkerskuck, dass die Blöcke dann angezeigt werden? Ich hab da noch nicht draufgedrückt. Also ich hab... Äh, gesagt, ich hab die noch nicht gebaut. Ach so. Das hab ich noch nicht. Aber ich hab gesehen, du kannst jetzt zwischen den. Was echt praktisch ist. Mhm. Oder nicht? Ja, ich weiß. Ist ja auch echt praktisch jetzt. Brauchst du nicht mal... In die nächste Workbench klicken. In die nächste. Aber nur durchklicken. Fertig. Habt ihr Arschgeigen hier überhaupt nichts? Oder? Ja, die wollen doch nicht, dass du da was claust. Bipipipipip. Tja, ernsthaft. Würde ich auch nicht. Du alte Kackwurst. Das sagt gerade der Richtige, der gleich den ganzen Dorf klebt. Dafür kann nicht nichts. Nein. Überhaupt nicht. Das war halt da. Ja, ja. Muss ja nicht heißen, dass du das erklären sollst. Doch. Nein. Warum nicht? Das ist ja nicht für dich gedacht. Das hat sich angeboten. Nein. Na, bist du gerade Gebiet am erforschen? Nö. Sicher? Nein. Alter, hast du gerade hier alles abgerissen oder warum sind die ganzen Blöcke hier weg? Ich hab nichts abgerissen. Was ist denn hier passiert? The fuck? Wie schick Rery hier einfach gerade ist. Spinnweben, Kaffeebohnen. Und das für... Flux Seeds. Okay. Wenn unter Gravel nichts ist, kommen dir jetzt ein paar Tiefel rausgefallen. Ja, nichts. Hier ist alles voller Gravel gerade. Ja, nichts. Mach ihn aber nicht. Wie bist du hier... Oh, Villager. Ist der Villager wieder reingekommen? Keine Ahnung wie. Hallo. Hausbesuche nicht gestattet. Was sag ich? Hört ihn nicht hier. Ich starte keine Party. Geh weg. Nein. Wir können morgen darüber reden. Geht doch um Gay-Partys. Nein, doch nicht da rein. Geh doch weg. Komm. Nicht in die Ecke. Nein, nicht in die... Nein. Raus mit dir. Tschüss. Bis morgen. Ja, danke. Danke für deinen Besuch. Tschüss. Bis morgen. Na, dann nehme ich das hier. Ja, ich habe kein... Nein, ich habe keinen Kuchen. Und Salz habe ich auch nicht. Das ist doch nie was. Nein, ich verkaufe nichts. Du bist vielleicht der Vertreter. Dann verkaufst du auch was. Ich bin ein armer Mensch. Hau ab. Ach ja. Auf zu nölen. Ich mecke mich jetzt auch noch aus. Ich habe nichts. Wie gesagt. Ich habe ganz so viel rummeckern, wie du willst. Ja, nix. Nein. Bla, 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 bla. Der meckert ganz so, dass er was haben will. Ich bin doch voll arm. Ich habe doch nichts. So. Ja, Chipabab, Chipabab. Ja, Chipabab habe ich nicht. Chipabab ist wohl woanders. Keine Ahnung. Chipabab. Chipabab. Was ist los mit dir? Warum liegt hier Schnee? Wenn hier schon Schnee liegt, in einem Gebiet, wo kein Schnee liegen sollte, ist das schon Kacker. Äh, durch das Monster. Aber nur einen Block. Einen Block Schnee. Vielleicht ist er vorher schon verweckt. Hoffentlich. Es ist geil, wenn das viel über das Wasser geht, dann wird das auch zu Eis. Ist total geil. Hab ich gestern gesehen. Chipabab. Ja. Schön. Nee. So, hier ist mal alles trocknen und gucken, wie viel Sand wir hier rauskriegen. Natürlich eine Schaufel dabei. Ah, top. Topf, dezent. Ja, weil ich, ich hatte mir die Koordinaten rausgesucht, wo ich den Ganglänge gegraben hatte. Und dann grabe ich, grabe ich unten mit einmal, zack, mein Gang. Toll. Die ersten Dias, die ich, oder die späteren, die ich gefunden hatte, hab ich so nicht mehr gekriegt, aber noch weiter hinten. Aber hinten weiter hab ich noch welche gekriegt. Ist ja auch richtig so, dass du nicht noch 10 Milliarden mehr Dias bekommst. Ich hab schon wieder vier Dias mehr gefunden. Was soll denn das? So, was geht ja ab hier. So, weil du noch keine gefunden hast, oder was? Ich hab auch nicht, warte, wo sind sie? Ich hab auch keine sechs Stück, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaub, so hinten sind die aber auch gar nicht. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich hab 20 Stück. Ich hab eine kurze Zeit gefunden. Und wie ist das mal ohne Magnet zu spielen? Ich glaube sogar, dass da wir Tinkers haben. Magnet. Äh, Endio. Ja klar. Winger of Magnet, Tim. Sicher. Ja, aber ich mein, ohne dass man das gleich angemacht hat. Aber hast du gemerkt, Keep Inventory geht, ne? Weiß ich nicht. Du meinst, dass es nachfüllt, oder was? Ja. Stört mich nicht. Oder generell, dass du da was machen kannst. Das haben die rausgelassen. Das stört mich nicht. Nö, ich mein ja nur. Ich hatte mich zwar anfangen geworden, halt, hey, wieso springt der nicht nach? Aber, egal. Meistens hat das eh nur rumgebackt. Barren frei. Dann gib her. So, was machen wir weg? Das kommt weg. Ich hab mich dann jetzt... Hm. So. Den einen mach ich noch vor. Dann hab ich vier Stacks. Sondern das sollte jetzt erstmal reichen. Das kann wieder... Ja, erstmal. Das kann wieder Gobletstone farmen. Ja. Warum? Hast du keinst? Nö. Vielleicht keiner mehr. Hast du etwa kein Gobletstone? Nö, brennt ja die ganze Zeit vor sich hin. Achso. Als ob ich noch Clay und Sand farme, mal ehrlich. Schmeißt du die Gobletstone in die Mino... In die scheiß Ding rein. Oh, raps. Waps. Ach, dass du dir die Wigs so fertig machst, ne? Ja, sicher. Kostet nur Lava. Kostet die Welt. Ja. Gut, dass ich mit Lava etwas vorgesorgt hab. Ich hab nen Tank gemacht. Portable Tank. Das ist für mich nicht schlimm. Und ein bisschen Lava geholt gehabt. Gestern. Und blub. Zack, zack. Normalerweise sollte er sagen, okay, jetzt geh ich wieder ein Stück weg höher. Wie war's? Ich mach noch den 1-Stack-Sand fertig. Ja. Lebe ich erstmal die nächste aus hier. Wenn man so viele einzelne Dinge hat in dem Inventar, die einfach nur Platz wegnehmen. Ach, egal, dann machst du das jetzt so. Machst du die nämlich auch noch voll. Danke. Normalerweise. Und da ist noch ne Schafe kaputt gegangen. Okay, wir gehen zurück. Ich hab jetzt bis dahin Platz. Können wir das aus Holz bauen, aber wir können das so. Hm. Nein. Normalerweise sollte er gleich sagen, okay, jetzt ist ein Block höher. Ah, Hilfe, ich kann nicht mehr fliegen. Ich kann nicht mehr fliegen. Oh, Mistputput. Mein Kleider ist kaputt gegangen. Ah, mal kleiner Centus, nicht weinen. Ich guck grad bei den, ähm, Advanced, ne? Da, wenn du, kannst auch Enchantment steht auch, Unbreaking 1 bis 3. Okay, XP-Boost 1 bis 3. Mending und Autos made. Kannst du auch auch machen. Ja, Autos made, ah ja. Ach nee, das ist der normale. Autos made, das ist der normale. Aber kannst du den Unbreaking machen. Ja gut, das ja. Ach ja, da gibt's auch diese Reinforce, ne? Für die Werkzeuge jetzt. Dass du das Unkaputt machen kannst. Ja, das Obsidian. Ja. Das konntest du vorher auch schon machen, ob sie die Unbreaking machen wollen. Ja, aber nicht, dass du komplett gleich Unbreaking machen konntest. Ne, das nicht. Damals ging das nur irgendwann. Das konntest du immer zum Stück. Und dann ist das komplett Unkaputt war. Das hatte ich halt gesehen, wo ich diese Sky-Challenge gesehen hatte. Dass das geht. Einsträgen. Ich geh mal ein bisschen farmen. Jibobob. Ja, Jibobob. Jibobob. Wamp. Wui. Hi. Hä? Hast du mich springen gesehen? Ja. Wui. Hallo. Jibob. Deine Mine? Ja. Oder wird grad zum Mineangange gesagt? Ähm. Jetzt raus. Okay. Ja, gut erkundet. ja auch wieder krach macht wieder krach war ich nicht so kein problem eigentlich was ich keine ahnung wenn die sache ist es wird er die zeit draufhauen gekappt die vielleicht nicht also die geht ja noch also wie gesagt die eine folge außer dass ein rest durch gekappt hatte habe ich eigentlich nicht gemacht ja weil andere hatte ich vorbereitet dann schon geschmolzen und briggs fertig gemacht in dem sprech muss ich halt auch nur aufbauen ich kann ja auch mal so machen deswegen ja das gleiche ja ja ich weiß gar nicht wie die karte kleiner krieg eigentlich oder was meinst du da oben rechts die karte die so riesengroß ist keine ahnung ich habe ihn noch als kreis aber warte mal du hast echt ihr habt echten schaden ihr habt beide gelitten wissen wir doch nicht nicht alle drei da ich enthalte mich ich enthalte mich könnte ihr neue sparen gewesen sein warum existiert hier eigentlich in der aufnahme aber ist egal ich nehme den scheiß auf mir ist das latte warum die sind alle drei bei denen sind alle beide alle beide wird der schade von black ok haben die kippen also ja die wohnen ja auch gar nicht so weit auseinander eine stunde ja das geht ja eine stunde entfernt aber ich dachte mir schon der joint alles klar da habe ich das schon gesehen dass das habe ich gerade nicht gesehen deswegen aber das ist meistens wenn man quatscht dann achtet man nicht so drauf dda online wusste ich schon dass die jetzt da sind mittlerweile dass die gerade angekommen sind oder so ok nachher hat Dda jetzt seinen führerschein hat er schon länger ja keine ahnung wo solche sind nein adrian und black sind bei dda jaja so wie das ganze wochenende oder so die abgeholt hat ne ne wie gesagt hätte sein können dass du die abgeholt hat ne ich glaube adrian ist da hingefahren und hat glaube ich black abgeholt halt die spacken ey du hast dich erschrocken ich wusste schon dass das kommt ne ich habe mich nicht erschrocken das ist nur so extrem laut gewesen ja wenn da alle drei rein brüllen na gut und halt geheilt ganz schön dadurch ne ja sicher aber sinds ja unsere kloppen ah das ist auch geil hier ne mit grout i am grout i am grout ach ja diese oberschwacken ey ach dafür lieben wir sie ja was ja eh nix neues ist nö das ist standard ja das werde ich wahrscheinlich auch extra drin lassen klar lass ich halt so ne nö nö gute nacht aber die haben mich voll unterbrochen damit obwohl ich irgendwas gelabert habe ich habe es einfach nur machen lassen ich habe keine ahnung mehr was ich überhaupt noch sagen wollte jetzt bist du beplex von denen ne irgendwo passt doch hier was nicht das ist immer so schlimm erzählst grad was nein na nö was wollte ich jetzt grad nochmal sagen na nö na passt alles naja naja Problem gefunden ich finde das heute aber auch nicht so schlimm ach wie stört das denn nicht die dürfen das ruhig aber Tobi nicht ne den mag ja auch keiner hast die Kackspratze hm hab ich nix hab ich das gesagt ich hab nichts weiter gesagt ich auch nicht zack da 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 boah ich das so liebe wieder nach ganz unten zu graben hey bei mir sagt dass es Tag ist ich hab grad Tag gemacht ach so ja bei mir stand grad 6.25 ok ne das war nacht oder es wurde gerade nacht ok ja 6.25 am morgen ne aber vor allem daran siehst du wie schnell die Zeit einfach auch bei meinen Korb vergehen ne mhm dass wir schon 119 Tage haben überleg noch dass es halt zu Anfang an gleich funktioniert dann hätten wir richtig Tage jetzt drin können ein paar mehr ja ein paar ist gut wann hab ich den aufgesetzt samstag ja samstag ja und bevor wir abends aufgenommen hatten hatte ich den ja aus also hätte man ja auch mindestens vielleicht so zwei Tage drauf gehabt auch auf der Zeit bevor ich den ausgemacht hatte für abends ja bloß die Zeit die fehlt die die funktioniert hat es wurde ja wann war das vorgestern vorgestern hatte ich dir das geschrieben ne oder gestern das update oder das dass sie das gefixt haben gestern oder so oder so ja gestern war es und dementsprechend läuft der jetzt erst richtig seit zwei Tagen oder nicht mal naja gerade mal ein Tag mhm krass so hab ich jetzt gleich die gepassene Höhe erreicht die auch Zone Planter Wodden Planter ok es gibt's ja diese billige Query hier ne weiß ich nicht ein bilder ist das keine ahnung wir haben auch bilder sound drauf da bilders blog und dadurch kannst du halt auch diese komischen upgrades machen und dann kannst du das ding als query nutzen es braucht halt nur strom also hast du eine billige query und weil die braucht nämlich vier breaks eine ender perle ein maschinen frame drei redstone maschinen frame aus sei das lab ist zwei stück zwei gold und für augen dazu muss es nachbleiben für ender mens wir haben in der linie ach so meine krasse baust findest du welche hat nicht so häufig aber man findet welche dann ist ja geil was gar nicht wie lange dauert das denn wenn man das auch normal erde pflanzt weiß ich nicht weiß ich nicht ob das pushen kann der baum oder so kurz das glaube ich ja nicht aber ich kann mal kurz gucken habe ja was durch skelett gehen entweder funktioniert das oder funktioniert das nicht aber man braucht mir ist weg keine ahnung wir bräuchten halt endstone dafür aber ja dafür müssten wir das verteilt erst mal finden ich brauche dich 3 6 9 12 unterstellen spitzhacke machen wir das so sagt 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 aber eine glasfremde nein ich fange gleich schön wird sind läuft bei mir gleich der erste strom schon und daher was ja du gelitten oder wieso ich habe ich gelitten darum war du da jetzt brauchst an statt hier zu bauen so nicht schlimm doch nein wieso wieso nicht darum habe ich schon gesagt war das ein farm gebiet ist und hier das baum haben doch gleich haben sich gleich alles Hört man das? Was? Wenn ich gerade am Labern bin im Hintergrund Ja Weil irgendwelche Schmacken gerade richtig laut Musik angemacht haben Yeah Trink ich noch einen Korn Das ist wie Gebastard ey Ach Okay Ich kann eine Zeit den Block suchen Weil es ja wieder auf Deutsch nicht umgestellt worden ist Auf Englisch Ich muss mal abreißen die ganze Bude hier Suchen wir uns hier auch gar nicht Oh hier ist denn Wie ist denn die Da bin ich wieder Au Weil ich brauchst was nämlich nicht in der Aufnahme Das ist nämlich einfach nur Scheiße Weil man kennt die Wie heißt denn wo kommt hier die Query her von welchem Mod Welche Die Query Rf Tools ist das Der heißt Bildersblock Und dafür brauchst du halt Das sind dann so eine Shade Cards Und da gibts welche mit Query Hier gibt es halt Query, Zick Query, Fortune Query, Deering Query, Deering Query, Deering Zick Query Und das Gebiet baut er dann ab wenn er natürlich den Strom auch hat ne Dann sag nicht du hast ne Bahnhof bestanden grad Ne noch nicht Was Ah Steve Gatsch mal sowieso nicht Hm Steve Gatsch Habe ich schlechte Erfahrung mit gehabt Mit dem automatischen Befehler Und Server lecken Nö das nicht Das dann irgendwann das Automatische Befehler Ey warum setzt sich immer den Ecklob denn nicht Idiot Brauchen wir nicht Können wir schmelzen Ups Ey wir glaub ich Da haben grad die Die Smellery ist ein bisschen groß geworden Das nicht Ich brauch das Ne aber da passt schon was rein Das ist gut So Da kommen wir her Er kann das sein dass wenn man den Controller abbaut dass alles andere darin verdrungen geht Der Controller bau sicher Oder den Mitteln Der Mitteln Block Eins von den beiden darfst du nicht abbauen Entweder der Mitteln Block oder der Controller Also Na was abgebaut Na hatte ich schon Weil ich den versetzt hatte Natürlich blöd ne Ach komplett alles versetzt Komplett alles was Das war sonst immer der Mitteln Block in der Smellery Okay Okay Nö Der nicht weg durfte Naja Ist ja auch egal jetzt So schlimm ist das nun auch nicht Ist mein Problem Da waren nur 8 Blöcke drin Da waren nur 8 Blöcke drin Und so wenig Eisen hab ich nur noch nicht gefunden So Das Ding Das Ding Das Ding Das Ding Das Ding Das Ding No Power ich weiß No Power Hä Wenn man was Wenn du diese Workbench von den Tinkers nimmst Wenn du Workbench umgekauft hast hast du diese stehende Kannst du hier im Ofen packen kannst du in den Ofen reingucken Das geht auch Das geht auch Jo Okay Neues Update Vorher ging das ja nur mit der Kiste Ja Geht so mit dem Ofen Yeah Hm Dann wollen wir uns erstmal Warum liegt das grad so Ich grad verarschen Auf zu laggen Das Ding Das Ding Das Ding Das Ding Das Ding Das Ding